Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sheshop Live. Heute mit... Epic Final Fantasy. Bein hat den Ansatz verpasst, ey. Sorry, hab geschlafen. Hm. Klingt ja nicht sehr begeistert. Nee, dass du grad den Einsatz verpasst, das war grad eine spontane Idee von mir. Das ist doch nur... Und ich bin grad auch nicht gerade über mein... Das ist doch auch wie von mir. Ich bin auch nicht gerade über meine Baffen. Und wo ich grad gejoint bin. Ich schon... Hm. Oha. Wirklich jetzt ein Earthcraig zu Anfang. Ja, hab ich gedacht, ja. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ey. Du hast jetzt grad so Unglück. Ja. Weil ich bei mir waren die Portale für die Gaze. Ah, das könnte treffen. Trifft auch. Ja, 14 HP. Ich hoffe du machst. Die Hexe. Als Willen die sind. No. Ja. Ich hab gedacht die Hexe trifft. Nicht die Bohne. Ja. So. Ich hoffe du magst Partys. Jetzt kommt eine Fiesta. Ach, lieber Piñata. Ja, jetzt kommt die Fiesta. Ja, ist doch eine Piñata. Fiesta ist die nächste Stärke. Aber der Sound ist geil von der Piñata, oder? Ja. 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 Das können wir hier tun. Ja. 41. 40. Boomerang und Sneakball. Boomerang und Sneakball. Boomerang ist ne Scheißwaffe. Ja klar. Und dazu noch Krete ey. Boomerang und Sneakball. Oh, das hüpft ja ziemlich schön aus und aus dem Bild hinaus. Ja, das hab ich mir auch grad gedacht. Nicht so graziell. Nicht einer davon trifft dich. Ach, Kartoffelsalat. Schon wieder. Ja. Ja. Jetzt muss ich den benutzen. Out. Guck. Sieht das D... Sieht das echt aus ey. Ach, zuaah. Ich hoffe du freust dich über die Überraschung, wenigstens in deinem Schützengraben. Ja, wenigstens gekrattet. Na? Und neue Waffen. Was ist los? Kraft nicht erfreut du bei deinen neuen Waffen. Gar nichts. Digga. Ja, leider nur normaler Digga und nicht mega Digga. Ey, ein Digga ist schon schlimm. Autsch. Entschuldigung Leute, wenn es in der Aufnahme etwas lag. Ich weiß nicht, woher es kommt. Hat es bei dir auch gerade so ein bisschen gelebt? An Fraps. Okay. Es leckt hier gar nichts. Das eine, was leckt, ist bei dir. Okay. Es leckt bei mir kein bisschen. Dann ist das wirklich wie ein Fraps, Leute. Es tut mir leid, aber dagegen kann ich nichts machen. Ich habe ja gesagt, du sollst mit OBS aufnehmen. Ja. Aber da müsste ich es noch richtig einstellen, weil Fraps ist das für mich, äh... Das ist ganz... Es... Es geht ganz... Ja, einfach. Aber, ähm... Mit Fraps ist doch auch ein Nudes-Programm. Es ist zwar etwas instabiler, aber... Es tut seinen Zweck. Würde ich sagen... Ja, und es könnte... Ja, du bist Vorteil. Hab ich mir doch gedacht. Oh, Granate. Oh! 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 Hast gedacht, die fliegt aus dem... äh... Bild? Oh! 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 Wow! NPliže. Oh! Ah! jourdmiging. Ah! Saype Jame God, Wow, ein Guppi hat es geschafft, na, ich hätte gelacht, der hätte mich noch getroffen. Ich sag doch, Wumarang ist ne Scheißwaffe. Ja, das stimmt, ihr habt zum Glück das jetzt hier. Ja. Ah. Na, das wird nichts. Autsch. Death rate. Hätte ich besser nehmen sollen. Tschau Frösche. Hm. Das kann weh tun. Ja. Ja. 48. Deathmatch. Deathmatch. Ich meine nur 29. Ich könnte diesmal gewinnen, und ich könnte diesmal, oh, ne, das war... Das war ein Mist, äh. Das war ein Mist, äh. Mäh. Das war... Ah, nee, Ben. Das war... Das war... Das war 50, genau 50. Oh, wie glücklich. Oh, was für Lack, ey. Oh, was für Lack, ey. Oh, was für Lack, ey. So, jetzt komm. Oh, hier, das war alles so schön. Ja, aber ich muss jetzt noch mal so gut machen. Wir hatten sie immer mehr zu, was ja, das ist ja, so ein bisschen, ne, ne. Wow. Ja, oder auch nicht. Okay, das könnte jetzt wehtun. Ouch. Jetzt trefft mich den Teleporter. Needler? Ja. Okay. Ah, dann kriegst du das jetzt hier. Ah, die Frösche. Und dort. Yes, genau. Noch ne Runde? Yes, 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 yes. Ich habe auch noch mehr Reiter... Oh, 125. XB. So, Leute, damit verabschiede ich mich heute. Leider ist die Folge etwas kürzer geworden, weil Fraps meinte, ich stürze ab. Tschüss, bis zur nächsten Folge.